Wutdaf! Fuuuck! Ey Bro! Wowowowowowowowowowowowow! Dein erstes Mal in Minecraft und wollte nur ein paar Leute, die mir helfen finden. Wobei helfen? Also ich kann dir gerne helfen. Komm gerne in die Runde und ich helfe dir rauszufinden, wer der Beste in Minecraft ist. Spaß. Ey! Man boxt ja Milch hier! Das ist nichts ja nicht. Oh, bleib mal stehen. WUH! Oh Gott! Hey, Angie! Hey, Angie! Da knallt's, ey! Da knallt's, ey! Was ist das für ein Bastisken? Ah! Wir leuchten! Wie ist eigentlich das Item hier? Oh, Zeitverlängerung? Sehr gut! Ah! Wow! Ich bin mein Möcke, ne? No! No! Ja! Ja! Come on! Ja, ja, ja! Okay, nice! GG, Joba! There we go! Weiter geht's! Oh! Nur ne 2! Schade! Wir machen stabile Schritte auf jeden Fall vorwärts mal, ne? Zumindest geht's voran! Kletterkönig! Oh, oh! Okay, there we go! Nein! Ich bin so dumm und schlecht und... Ach! Ich bin dogshit! Oh mein Gott! Ich war so schön in Führung! Okay, come on, come on! ... 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 Ich liebe dich! Oh mein Gott, warum? Okay. So, okay, komm, jetzt müssen die Würfel reinballern hier. Ausruft sein Laufbust, die GHG, so muss das. Ja, Honge! Okay, das ist schön. Das ist sehr lecker, das ist sehr lecker. Okay, die Map direkt mal zum Start. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Movement üben. Morgen ist ja das Dings hier, das große Event von hier Legend, das Only-Up-Event, von hier G-Time Trimax. Da war. Das ist, oh mein Gott, eine Sache von geringer Ehre. Okay, okay, wir müssen uns ranhalten. Schauen wir mal ganz kurz hier lang. Ich weiß nicht, welcher Weg hier der bessere wäre. Der Unterschied ist, glaube ich, nicht groß. Come on, come on. Wir sind nach vorne gekommen. Ah, nee, lieber nicht. So, ganz kurz überlegt, ganz kurz habe ich es mir überlegt. Da habe ich doch den Jump noch vage, ne? Oh, aufpassen. Nicht zu viel wollen hier. Also, ich hoffe, morgen bei dem Event können wir ein bisschen, ein bisschen auch den ein oder anderen Geldpreis mitnehmen. Ja, auf jeden Fall ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich da gut genug bin im Jump'n'Run, so im Allgemeinen, ne? Das weiß ich nicht. Werden wir sehen, werden wir sehen. Oh, nice, das Ding. Oh, ist das close gerade, ne? Yo! Was geht da denn ab? Holy shit! Bärchen! Oh mein Gott! Donations. Immer Donations. Ihr zahlt weniger und es kommt deutlich mehr an, auf jeden Fall. Also, man hat einfach am meisten davon. Okay, ne dicke vier. Nehmen wir mit. Und jetzt geht es weiter mit ne fünf. Holy moly! Sehr schön! Okay, heißer Boden. Es wird heiß. Machen wir kurz Shader raus. Wegen der Performance! What the fuck? Fuck! Fuck! Bro, Bärchen! Was zur Hölle? Holy shit! Was zur Hölle? Alles brennt! Kann jemand Feuerwehr rufen? Holy shit! Bro, was? Bro, Bärchen, was? Hä? Das ist... Ist das ein Bug? Zeigst du es gerade doppelt an? Das ist ein Bug, oder? Das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das ist kein Bug. Das ist eine andere Nachricht. Das ist kein Bug. Hey, Bärchen! What the fuck? Hä? Wo kommt das denn her? Hä? Einfach 200 Euro aus dem Nichts? Jetzt mal im Ernst. Was? Lauf, Bärchen! Direkt 100%! It's working! Jetzt mal im Ernst, Bärchen! Was? Du bist ja krank! Woher? Woher kommt das gerade? Why? Why though? I don't really get it. Oh, die Wolken sind natürlich wunderschön hier in dem Modus. Ähm, wo kommt das her? Wo kommt das her, Mann? Wieso? Wieso? Ich komme nicht ganz drauf klar. Ich kann mir einfach mal ganz dick Danke sagen. Aber das ist viel zu crazy. Kommt von seinem Bankkonto sehr wahrscheinlich, ja. Noah mit den Weisheiten des Tages hier. Ach, du Scheiße. Ey, Bro! Wow, 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 wow! Hä? Hä? Dude, mal kurz nebenbei noch gewonnen. Aber, holy shit, das Haus brennt! Wie für die letzten Monate? Ich hoffe, du gönnst dir auch was Schönes dafür. Ja, aber, ne? Die letzten Monate, wo ich nicht da war, aber... Ja, wie... Womit habe ich's dann aber verdient? Das check ich nicht. Das check ich nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Jetzt ist das Trauma da. Das Trauma-Comeback. Das Trauma-Comeback. Ich hab nichts gegen deine Logik, Bärchen. Alles gut. Beschwer mich mal nicht, ne? Ach, du Kacke. Das ist... Ich bin ein bisschen geflasht. Ich bin... Ich bin ein bisschen geflasht. Ich komm nicht ganz drauf klar. Sowas erlebt man nicht oft. Sowas erlebt man nicht oft. Also, wenn sowas kommt, dass man gute Videos macht, dann mach ich gerne öfters gute Videos. Komm, komm rein, Basti. Ich liebe dich. Also, das auch. Vielleicht, also... Nein, ich bin schlecht. Schade, Bamelade. Ey, Leute. Drop mal gerne nochmal Bärchen. Alle dickes, 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 dickes Herzchen in den Chat. Das ist... Sowas ist krank. Aber es hilft absolut enorm weiter. Natürlich. Das ist natürlich absolut crazy. Also, sowas hilft wirklich sehr, sehr enorm weiter. Also, riesen, riesen Dank. Für den guten Content. Crazy. Wirklich crazy. Äh... Ja, lol. Ja, lol. Ja, lol. Okay. Twitch war nicht dasselbe. Ja, ich merk schon, ne? Ich komm nicht drauf klar, ne? Ey, Bärchen, da... Aus dem Grade könnte ich auf jeden Fall einen wilden... äh... ... ein wilden Clip oder ein wildes Video für einen Zweitkanal raushauen. Aktuell hau ich ja auch regelmäßig ein bisschen für einen Zweitkanal das eine oder andere Video raus. Was früher ja mein, äh... hier Clips beziehungsweise Shortskanal war. Das ist also... Also... Videotitel. 300 Euro in einer Minute verdient. Puh, Junge. Junge. Ist das krank jetzt mal im Ernst. Ist das krank, ne? Ja, Mann. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Direkt mal in die WhatsApp-Gruppe. Äh... Schnell aufmachen. Oh, mein Gott. Ist das bescheuert. Okay, let's go. Wettrennen. So bringst du deine Kreditkarte in einer Minute zum Weinen. Ach, du Scheiße. Du hast ne WhatsApp-Gruppe? Ne. Hab das Konzept hinter so WhatsApp-Gruppentuteln noch nicht so ganz durchschaut. Könnt ihr ja mal... Ja, gerne mal erklären. Wenn ihr das ein bisschen besser versteht als ich. Okay. Oh, die Runde sieht gut aus. Wir laufen relativ clean hier, ne? So. Nice one. Ging das überhaupt, das da leicht links da lang zu gehen, da oben, wo wir gerade waren? Ist mir da nicht so sicher. Ja, das ist weird. Da ist ne Barrier. Nicht ein bisschen weird die Map-Begrenzen da. So, nice. Das sieht richtig gut aus. Ja, genau. Morgen bei dem Only Up, äh, äh, Ding bin ich auf jeden Fall auch am Start. Puh. Nice. Bin auch dabei. Ja, top. Sehr geil. Ja, weil das letzte Mal war ich leider nicht mit dabei. Da war ich, äh, nicht daheim. Aber diesmal... Diesmal bin ich auf jeden Fall am Start. Ja. Ah, okay. Interessant. Okay, also prinzipiell wie ein Discord. Nur, dass halt mehr Leute das dann sehen. Bei WhatsApp mehr Leute sehen. Oh, nice. Nice. Ne 14. Stabil. Und ich sehe, man sieht auch die Nummern nicht und so weiter. Okay. Das ist doch schon cool. Verdienst du mehr mit YouTube oder Twitch? Ich habe jetzt gerade diesen Stream mehr verdient, dank Bärchen, als ich im letzten Monat oder in den letzten Monaten mit YouTube überhaupt verdient habe. Ja. Also... Ja. Lol. Also Donations machen, machen auf jeden Fall ich würde sagen einen kleinen Unterschied auf jeden Fall, ja. Donations machen schon was auf jeden Fall aus. gibt es so Donations und Subs und so stuff. Und Twitch-Werbung ist actually auch nicht so bad. Und auf YouTube habe ich jetzt leider nicht ganz, nicht so viele Aufrufe, dass ich sagen würde, dass YouTube halt in irgendeiner Art und Weise aktuell finanziell beziehungsweise das, was ich da an Arbeit reinstecke und das, was ich am Schluss dann finanziell rausbekomme, dass ich das in irgendeiner Art und Weise lohne. Also da müsste ich 10-fache aktuell verdienen, wenn auf YouTube dass das irgendwie relativiert wäre. Ich finde, der Arbeit, die da drin steckt. Aber ist fine, ich mache das super gerne auf YouTube und ich freue mich sehr darüber, dass Leute die Möglichkeit nutzen, hier dann auf Twitch das irgendwie in der Art und Weise zu kompensieren und halt ja, tatsächlich hier subpen oder donaten oder whatever. Das macht das Ganze überhaupt möglich, ja. Das macht das absolut möglich erst. Das ist schon sehr, sehr crazy, ja. Oh, nice. Stabilo. Ich finde, du hast viel mehr Abos verdient, weil der Content einfach so hochwertig ist. Ey, danke dir. Danke dir auf jeden Fall. Ja, also all good. Ich gebe mein Bestes und ich bin auch so absolut happy wie es läuft aktuell auf YouTube. Das ist absolut insane. Meine Manhunt-Videos knacken alle Rekorde aktuell und auch das Video von heute, auch wenn das jetzt kein Manhunt-Video ist, es geht auch sehr, sehr, sehr gut. Also das geht auch besser actually ab, als ich erwartet hatte. Aber natürlich auch nicht zuletzt, weil es halt natürlich eine insane, gigantische Video-Qualität hat. Stecken halt wirklich, also mindestens 50 Stunden Arbeit da wieder drin. Oh, das war ein schlechter Fell gerade. So, come on. Oh, nice. Oh, sehr lecker. Oh, Oli, das ist knapp zwischen uns. Oh, ne, Oli ist runtergefallen. Ja, dann haben wir es, glaube ich. So, and there we go. GG. GG, GG, GG. Sehr schön. Oh, ich bin diskoniert. Hups. Ich sollte noch würfeln, bevor ich, bevor ich kutte. Sollte noch die Runde gewinnen. So, sehr schön. Und da haben wir gewonnen. Let's go. Let's go. Tö, 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 tö.